Das ist eine ganz kleine Ortschaft. Ottingen heißt das. Hier ist Ottingen. Feuerlich. Hier wird von Kindern gewarnt. Achtung, Kinder heißt es hier. In Ottingen. Hier sind noch Schafe. Hier noch Schafe. Die könnt ihr denn auf dem Spieß stecken, nachdem wir sie geschächtet haben. So, links rum. Guck mal da an diesen Viehstall. Ottingen hier. Das ist der SCN auch schön rausgebrotzt. Da war noch ein bisschen Mühe. Und tschüss.